Feuersteine Kriminalhörspiel von Hans Siebel Sommer 1946 Eine Eisenbahnstrecke im Grenzgebiet der sowjetischen Besatzungszone zur britischen Zone Es ist Nacht Runter vom Gleis! Was ist denn hier los? Weiter! Fahren Sie weiter! Niemand hat Sie gestoppt! Ach, die Kripo schon wieder an der Strecke! Ihr seid doch von der Kripo! Nichts ist passiert! Los, machen Sie Dampf auf! Ihr jagt wohl kein Wickel! Und Sie haben wohl keinen Fahrplan! Stimmt! Irgendwann geht's ab und so ungefähr muss ich ankommen! Nicht wahr? Ihr habt den Dritten unter der Plane zu liegen! Woher hört? Woher die Lampe her? Die Loknummer notieren? Na nun bepisst ich mal nicht! Macht ihr mal Dampf auf! Das wäre der Kripo früher nie passiert! Zwei Morde und keine Ahnung! Hauen Sie ab! Hier! Die Lampe! Hat sich erledigt! Also, wir sind soweit fertig, Herr Wendler! Alles abgegrast! Meyer hat noch einen zerrissenen Strumpfaltergürtel gefunden, aber der ist bestimmt im Krieg rausgefeiert worden! Ist noch was von dem Kartoffelsalat übrig? Nein! Ein paar Scheiben Brot und Fischpaste! Wenn in zehn Minuten der Leichenwagen nicht da ist, müssen wir ihn auf den Rücksitz verfrachten! So? Das wird aber ein bisschen eng! Aber Sie müssen nicht daneben sitzen! Mir macht's nichts aus! Soll Meyer fahren und Sie als Beifahrer! Borchardt! Wie mir vor morgen graut, das kann ich Ihnen gar nicht sagen! Warum? Da muss ich zur Kommandantur! Setzen Sie sich! Herr Oberst! Ich sehe, Sie haben nur einen Arm! Wo ist der andere? Vielleicht in der Ukraine? Amputation! Nach einer Schussverletzung! Im Winter 38 waren wir hinter zwei Leuten hier, die auf der Strecke Berlin-Magdeburg Autobahnfallen stellten! Mhm! Herr Oberst! Ich ahne, seit Sie mich herzitiert haben! Ich kann es mir, wie man im Deutschen sagt, an den fünf Fingern abzählen! Eine Papyrossi! Danke! Was ist denn? Der Feuerstein am Ende! Bitte! Danke! Sagen Sie, Herr Kriminalkommissar Wendler! Was haben Sie in der deutschen Kriminalpolizei so getan? Kriminalpolizei? Im Faschismus? Ich nehme an, Sie wissen über mich Bescheid? Nehmen Sie an, ich weiß es nicht! Ich habe meinen Beruf ausgeübt! Ich habe Straftaten aufzuklären versucht, Einbrüche, Morde, Raubmorde! Mit politischem Verbrechen hatten wir nichts zu tun! Das war Sache der geheimen Staatspolizei, der Gestapo! Wir unterstanden dem Reichspolizeikriminalamt, nicht dem Sicherheitshauptamt! Wo wohnen Sie? In Magdeburg! Ich meine hier! Im Verdaler Hof! Haben Sie ausreichend zu essen? Ab und zu gibt es markenfreie Gerichte! Sie wurden von Magdeburg hierher abkommandiert? Jawohl! Als Einsatzleiter! Wie viele Leute haben Sie? Kriminalobersekretär Borchert und Anwärter Mayer. Borchert leitet die hiesige Dienststelle. Drei Leute! Herr Oberst, ich danke Ihnen! Kommen wir zur Sache! Sie wissen, es ist nicht Aufgabe der sowjetischen Militäradministration, sich bei Verbrechen unter Deutschen einzuschalten. Ich rede nichts von Kriegsverbrechen, das ist etwas anderes. Aber diese Verbrechen an der Eisenbahn! Es gibt Gerüchte! Ist uns bekannt! Immer sind die Täter angeblich Personen in der Uniform unserer Armee. Hätte ein Faschist die Absicht, unsere Soldaten zu verunglimpfen und die Bevölkerung zu beunruhigen, er könnte nicht wirkungsvoller vorgehen. In vielen Köpfen sitzt noch faschistische Gräuelpropaganda. Zwölf Jahre lang sind die Deutschen mit Lügen und Gerüchten vollgestopft. Ich versichere Sie, Herr Oberst, wir finden die Wahrheit. So? Mit drei Leuten? Vorläufig brauche ich keinen Mann mehr. Herr Oberst, solange Täter und Opfer noch unbekannte Personen sind. Das heißt, Sie haben auch nach dem dritten Fall noch keinen Schritt vorwärts getan. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen widerspreche, Herr Oberst, über den Tathergang, also wie die Morde vor sich gegangen sind, wie sie passiert sind, verstehen Sie? Ja, verstehe. Darüber sind wir jetzt im Bilde. In allen drei Fällen handelt es sich mit Sicherheit um ein und denselben Täter. Er benutzte jedes Mal die gleiche Tatwaffe, ein Messer mit breiter Klinge. Das gerichtsmedizinische Gutachten vom gestrigen Fall liegt noch nicht vor, aber wir haben den Mann an Ort und Stelle untersucht. Das Fachurteil wird wieder auf dasselbe hinauslaufen. Herzstich, der sofort tödlich war, wie von einem geübten Chirurgen. Über die Opfer ist nichts bekannt, trotz Aushang der Leichenfotografien. Sie stammen also offenbar nicht hier aus der Gegend. Ich verstehe nicht. Wie konnte es überhaupt geschehen? Die Eisenbahn voller Menschen, sie fahren sogar auf den Dächern. Der Zug ab Rötisfelde nie. Manche Abteile fast leer. Erst in Verdal wird er wieder voll. Moment. Können Sie das etwas genauer erklären? Herr Urst, Rötisfelde ist Umsteigebahnhof für zwei Nebenlinien. Bis Kriegsende bestand noch eine dritte Linie nach Gifhorn, heute britische Zone. Ein Schmalspurtriebwagen. Rötisfelde ist nur zwei Kilometer von der Zonengrenze entfernt. Wer also über die grüne Grenze will, steigt in Rötisfelde zu oder aus? Alle drei Morde passierten im Spätzug Richtung Verdal, der in Verdal gegen Mitternacht ankommt. Und zwar auf dem Streckenabschnitt Rötisfelde, Pins, Großlipzow, Ockern. Da sind etwa 15 Kilometer. 15 Kilometer fast Leertransport. In Ockern dann wieder Zusteiger. Diese Sache könnte also mit den Grenzverhältnissen zu tun haben. Aha. Und der Täter muss Bescheid wissen. Ja, 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 davon gehen wir aus. Und, dass es sich um Raubmord handelt. Bei dem Toten von gestern fanden wir eine Fahrkarte, gelöst in Rötisfelde. Zielbahnhof Chemnitz. Aber wieder keine Personaldokumente. Kein Gepäck. Nichts. Aber wer reist heute ohne Taschen, Säcke, Rucksack? Die Leute ziehen über Land zu den Bauern. Sie wechseln mit Waren über die Zonengrenze. Wahrscheinlich ist der dritte Mann, der dritte Tote, von drüben gekommen. Aus der britischen Zone. Im Gepäck vielleicht paar Stangen. Englisch oder amerikanische Zigaretten. Was heißt Stangen? Stangen sind Schachteln mit zehn Päckchen zu 20 Stück. In einer Stange also 200 Zigaretten. Ich verstehe. Die Zigarette zwischen sieben und acht Mark im Schwarzhandel. Der Mann wollte nach Chemnitz. Gut, Herr Wendler. Sie werden mich jeden Tag über die Sache informieren, da? Jawohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Wendler, warum eigentlich so stolz? Was meinen Sie? Warum, sagen Sie, Sie haben ausreichend zu essen? Ich kenne die Lebensmittelkarte. Mein wird hier Kommando unterstützen. Ich nenne keinen Namen, denn der größte Schuft im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Der Mörder wohnt in... Jastro! Jastro hatten wir noch nicht, oder? Nein. Also ganz was Neues. Äh, das hatten wir noch nicht. War in denen Betracht kommende Nächte nicht anwesend und kam erst morgens nach Hause, was ich beobachten konnte. Ja, 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 ja. Ich wette, das ist eine Witwe, die Ihren Nachbarn im Auge hatte und nun am Daumen lutschen musste. Ich kenne diese Dinger zu Hunderten. Hat ja was Tröstliches. Die Leidenschaften sind nicht runtergekommen. Weg damit, weg damit. Haben Sie eigentlich gut geschlafen? Ich schlafe immer gut. Warum? Ich denke, Sie waren gestern auf der Kommandatur. Ich hatte keinen Grund, danach im Bett rumzulaufen. Wir werden unsere Arbeit machen. Und egal, mit welchem Resultat, das wird akzeptiert werden. Ich hoffe nicht, wir sichern eines Tages Spuren, die in Richtung Engländer gehen. Denn dann ist Feierabend. Auf Amtshilfe ersuchen wird ja nicht reagiert. Zustände sind das? Ja. Menschenskind, was ist aus Deutschland geworden? Aber ich denke, in ein, zwei Jahren hat sich das erledigt. Dann gibt es einen Friedensvertrag und nur noch eine alliierte Kontrollkommission wie nach 18. Da bin ich nicht so sicher. Wir kriegen mächtig was aufgebohnt. Auf die Beine kommen wir in diesem Leben nie mehr. Aber vier Zonen? Mitten durch eine Grenze? Setzen wir das ein andermal fort. Sind Sie gut zu Fuß? Die ganze Bahnstrecke von Röthesfelde bis Ockern ist abzugehen. 15 Kilometer. Gut. Nehmen Sie was zu trinken für uns mit. Mach ich. Und Meier soll sich die Fotos schnappen und ab zum Bahnhof. Fahrkarten, Schalter, Sperre, Aufsicht. Erkennt jemand den Totenwahrer allein, wenn nicht mit wem. Und das Übliche. Klar. Ockern. In Ockern soll er uns mit dem Auto abholen. Sagen wir, sagen wir gegen ihn. Geht in Ordnung? Im Übrigen. Einen vierten Fall darf es nicht geben. Dann Gnade uns Gott. Also Zugbegleitung verstärken. Wir werden uns dabei abwechseln. Und warten. Ja. Und warten. Ja. Freilich. Wissen Sie, diese Tugend hat mir der alte Bussdorf beigebracht. In den 20er Jahren war er hinter dem sechsfachen Förstermörder Kopetzki her. Bussdorf hat wochenlang bei 20, 25 Grad Kälte in den schlesischen Wäldern auf Lauer gelegen. Das tue ich wie ein Ochse. Na, nimm mal los. Guten Tag. Tag. Ich möchte eine Tauschanzeige aufgeben. Gut erhaltenes Skelett zu tauschen gegen Gänsefett. Wie? Ein Witzchen mache ich immer. Der Ausgang eine Woche drei Mark, zwei Wochen fünf Mark. Hoffentlich geht es nicht um Männersachen gegen Fresserei. Doch. Du lieber Gott. Sehen Sie mal da, was von der Sorte alles aushängt. Was haben Sie denn? Einen Anzug, ein echt Marengo und einen Wintermantel. Mein Mann hat den Anzug nur zweimal getragen. Tagchen. Tag. Schreiben wir erstklassige Herrengarderobe, Anzug, Wintermantel ungetragen. Größe? Größe? Ungefähr wie der Herr da. Also mittelgroß. Eine Woche oder zwei? Zwei. Ja, in fünf Mark. Bitte. Danke, danke. Auf Wiedersehen. Aber fragen Sie nicht gleich morgen nach. Was haben wir auf dem Herzen? Ach man, bloß eine kleine Frage. Ich kenne mir mal nicht so aus hier. Ich bin nämlich vom Engländer drieben, von hier vorn. Jetzt helfe ich dem Bruder bei den Friedkartoffeln. Der hat hier Elie heiratet. Eine Witwe mit Kossettchen. Hat er Glück gehabt. Oh, das kann man wo sagen. Und worum geht's? Tauschanzeige, Suchanzeige, Ankauf, Verkauf. Kleines Momentchen, gleich hab ich's. Aus Ostpreußen? Ja, mal suchen. Also Umsiedler. Würden Sie mal denken, der hat Hof gehabt mit dreihundert Morgen, sechs Pferde und Wald, so wie ich aussehe? Ja, bei vielen hat's mächtig eingeschlagen. So, hier. Feuersteine. Zweihundert Stück. Was soll ich damit? Na, will ich tauschen. Lieber Mann, das ist hier ein Anzeigengeschäft, nicht der schwarze Markt. Gegen was wollen Sie denn tauschen? Ach, wissen Sie, ich brauch ein bisschen Geld für dies und jenes. Man braucht mal was jegens Helmweh und was Jutes ohne solches Methil drin. Den Bruder mach mal nicht anbötteln. Der Lieder war holl, der zweihundert Mark. Ich hab hier doch die Feuersteine für zwei Liter und noch ein Hunderter drauf. In hier vorn wird's nicht so billig gehen. Zwei Feuersteine, eine Navy Cut oder Chesterfield. Aber war mal ja bloß ne Frage. Moment. Bleiben Sie hier. Landratsamt, Kershek. Äh, Moment. Ich hab Zeit. Mhm. Bestandsaufnahme unbeheizbarer Wohnraum. Ja. Bis wann? Ja gut, wiederhören. Wie war der Name? Margarete Hausberg. Mhm. Sie soll nach dem Bombenangriff auf Magdeburg hier im Kreis Verdal untergekommen sein. Aber in Verdal ist sie nicht gemeldet. Und dort wurde mir gesagt, ich soll mich hier auf dem Landratsamt erkundigen. Ja, ist sie denn in Magdeburg abgemeldet? Als Evakuierte? Das konnte ich eben nicht rauskriegen, wo sie gewohnt hat. Die ganze Straße ist weg. Ich weiß nur, dass sie lebt und irgendwo hier in der Gegend lebt. Aber sie muss doch gemeldet sein, schon wegen der Lebensmittelkarte. Naja, ja, stimmt. Wissen Sie, ich bin vor paar Tagen aus dem Entlassungslager Kronefelde gekommen. Sie ist meine einzige Verwandte, die Schwester meiner Mutter. Ja, kommen Sie morgen noch mal vorbei. Eher geht's nicht? Kommen Sie morgen früh. Na gut. Ach, sagen Sie, wo könnte ich übernachten und was zu essen kriegen? Der Bahnhof hier hat keine Bahnhofsmission. Fragen Sie nebenan. Danke. Guten Tag. Ich komme noch mal wegen der Waschküche. Ich denke, das hat sich erledigt. Er lässt mich nicht rein. Ich soll im Freien waschen, unter der Pumpe. Und meine Kinder schreit er an, dreckiges Pommernpack und Rattenverlauste. Manchmal dreht er bei uns die Sicherung raus und sagt, es ist Stromsperre. Haben die Umsiedler denn überhaupt keine Rechte? Bitte. 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 Geben Sie uns ein anderes Quartier. Entschuldigung, wo ist hier die Polizei? Polizei? Ich muss was melden, da hängt ein Foto aus. Sind Sie sicher? Er ist im selben Zug gefahren wie ich. Wo sind Sie eingestiegen? In Röthesfelde. Fahrtziel? Großlipzow. Wegen der Bahnhofsmission dort. Schlagsuppe und ein Feldbett. Ja, früh bin ich dann nach Werder. Der Sektionsbefund, genau wie gehabt. Das ist Herr Wilke. Tag. Guten Tag. Herr Wilke ist vor einer Woche aus Gefangenschaft gekommen, entlassen nach Magdeburg. Jetzt wird er hier in der Gegend umher auf der Suche nach einer Verwandten. Dafür sind wir aber nicht zuständig. Vor drei Tagen löst Herr Wilke in Röthesfelde eine Fahrkarte für den Abendzug nach Verdal. Aber nur bis Großlipzow. Er besteigt einen leeren Waggon. Fast leer. Was? Der Tote auf dem Foto ist der Mann, das könnte ich beschwören. Der Mann war nicht allein. Die zwei hatten wohl angenommen, genau wie Herr Wilke, der Waggon ist leer. Und Sie sind nicht bemerkt worden? Es waren nur zwei Lampen intakt. Die eine am Einstück Fahrtrichtung und die andere im Abteil von den beiden Männern. Ich war ziemlich müde und hatte Angst, dass ich einschlafe, dass ich Großlipzow verschlafe. Und trotz der schwachen Beleuchtung. Das Licht ist doch kaum stärker als das Licht einer Taschenlampe, die gleich den Geist aufgibt. Und ein markantes Gesicht ist das auch nicht gerade. Wissen Sie, wenn man hören will, was einer redet und man versteht es nicht genau, dann guckt man demjenigen auf den Mund ins Gesicht. Dabei hat es mich ja gar nicht interessiert, was die da reden. Ich dachte nur, hörst du den, da schläfst du nicht ein. Und wovon war die Rede? Worüber heute so geredet wird, von Ami-Zigaretten. Und der Mann, also der Tote, der wollte nach Chemnitz wegen Damen strümpfen. Und dann angelte er nach seinem Rucksack und holte eine Gasmaskenbüchse raus. Entschuldigung. Kann ich mal einen Schluck Wasser kriegen? Gegen den Durst oder das, was in den Magen kommt. Viel war es wohl heute noch nicht. Na ja. Da müssen wir was unternehmen. Euch hat hinterlassen Sie bitte eine Nachricht für Meier. Sind im Werderaler Hof. Hast du geschmeckt, Herr Kommissar? Prima, prima. Und satt geworden? Ja, wenn zufällig noch ein paar Kartoffeln und Soße. Ich frag mal. Ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank. Was sind Sie von Beruf, Herr Wilke? Goldschmied. Goldschmied? 39 habe ich die Gesellenprüfung gemacht. Nach der Kunstgewerbeschule Halle. Nach vier, fünf Jahren wollte ich den Meister machen. Vielleicht eine eigene Werkstatt. Goldschmied. Ein glänzender Beruf. Heute. Tja, aufs falsche Pferd gesetzt. Aber es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel den Krieg heil überstehen und wegen einer Gasmaskenbüchse voller Feuersteine. Sagen Sie, Herr Wilke, den anderen, also den vermutlichen Mörder, den haben Sie bis Großlüpze nicht zu Gesicht gekriegt. Nein. Einmal ist er aufgestanden und angelte über sich nach seinem Rucksack. Aber das Gesicht, das lag ja im Schatten. Trug er eine Art Uniform? Konnte ich nicht erkennen. Ich glaube nicht. Nein. Ich nehme an, er hat im Rucksack Zigaretten gehabt. Ich hörte, wie er gesagt hat, das sind tausend, wie wär's gegen ihre halbe Büchse. Dann fing der andere an, aus der Gasmaskenbüchse Feuersteine abzuzählen. Und dann? Dann kam Großlüpze und er musste ich raus. Über die Herkunft des Toten fehlt uns jeder Anhaltspunkt. Wie über seinen vermeintlichen Mörder. Ein Indiz wären die Stimmen. Ist Ihnen daran was aufgefallen? Akzent, Dialekt, die ganze Sprechweise. Hastig oder schwerfällig. Vielleicht Sprachfehler. Nein. Nichts. Und das war ja keine laute Unterhaltung. Nein. Hat geklappt, Herr Kommissar. Bitte. Rudi, 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 dafür erzähle ich Ihnen die spannendste Geschichte meiner Laufbahnen. Was mit Mord? Warum ist das bloß das Schönste? Ich habe alles gesagt. Mehr weiß ich nicht. Ja, zum Bahnhof geht es da lang, nicht wahr? Mhm. Sie haben uns sehr geholfen, Herr Wilke. Und ich bin seit Monaten mal wieder richtig satt. Was haben Sie denn so vor? Jetzt nach Bade leben, dort übernachten. Und dann morgen wieder hier zum Landratsamt. Ob ich meine Tante nun finde oder nicht. Dann eben morgen oder später zurück nach Magdeburg. Komisch, Herr Wilke. Sie suchen eine Tante und ich habe eine. In Bade leben, dort, wo Sie hinwollen. Und die sucht auch jemanden. Aber der kommt nicht mehr. Davon haben Sie mir nie erzählt. Ihren Sohn Werner. U-Boot-Fahrer. Rot irgendwo im Atlantik. Können Sie Katzen leiden? Ob ich... Ob Sie Katzen mögen. Wenn nicht, hat es gar keinen Zweck. Katzen? Hunde kann ich nicht leiden. Aber Katzen? Warum? Sie könnten bei meiner Tante unterkommen. Ich gebe Ihnen ein paar Zeilen an Sie mit. Sie ist eine herzensgute Seele, aber in der letzten Zeit hakt es manchmal oben aus. Wenn Sie gut sind zu Ihren Viechern, garantiere ich für gutes Quartier. Dann können Sie in aller Ruhe auf Suche nach Ihrer Tante gehen. Überlegen Sie sich das. Na? Was ist? Ich weiß nicht. Ich will mich hier nicht einnisten. Ich will zurück nach Magdeburg. Ich muss sehen, wie ich zu Geld komme. Ich bin ja ziemlich abgebrannt. Und in Magdeburg bin ich zu Hause. Es war ziemlich kaputt, aber ich habe viel Kaputteres gesehen. Ich bin auch Magdeburg. Ach! Na, was halten Sie davon, wenn der Einschatz hier beendet ist? Gehen wir beide zurück. Sie müssen nicht lange suchen, hätten Arbeit, ihr Auskommen, die Schwerarbeiterkarte. Sie verstehen nicht, nein? Nein. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Beobachtungen im Zug geschildert haben, war präzis, überlegt. Sind Sie in der Nazi-Partei gewesen? Nein, in der Hitlerjugend. Amnistierte Organisation. Sie wollen mich da nicht etwa zur Polizei? Sie werden ein Mann für uns. Um Himmels Willen, lieber Jauche-Fahner. Entschuldigen Sie, wieder stramm stehen, Uniform, Pistole? Nein, nie. Wie kommen Sie denn auf Uniform? Kriminalpolizei und Uniform? Und stehe ich vor Herrn Wendlers Stramm? Hat gar keinen Zweck mit mir. Lieber schiebe ich Kohldampf. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Herr Wilke. Ob Sie wirklich geeignet wären, das müsste sich erst während einer Probezeit herausstellen. Intelligenz, Menschenkenntnis, Fähigkeit zu logischem Denken, Ausdauer, kühles Blut. Im Übrigen hatte ich angenommen, Sie wollen wissen, wer der andere Mann im Zug gewesen ist, der drei Menschen umgebracht hat, kalt und heimtückisch. Sie aus dem Zug geschmissen hat wie Abfall. Sich mit der Beute feine Tage macht. Millionen schinden sich heute herum, damit das Land halbwegs auf die Beine kommt. Und dann gibt es eine miese Kolonne von Gaunern, Schiebern und Verbrechern. Ich weiß nicht, Herr Wilke, wie stark Ihr Gerechtigkeitssinn ausgeprägt ist. Damit hat nämlich unser Beruf in erster Linie zu tun. So sinnvoll habe ich meine Arbeit noch nie empfunden wie heutzutage. Früher habe ich die Verbrecher und Kanoven genau besehen für Hitler weggefangen, zwecks Politur des Dritten Reiches. Na, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Gute Pussy. Das ist Lissi. Oh, aber eine ist ja so hübsch wie die andere. Lissi ist sonst so scheu. Ja, gute Lissi. Waren Sie bei den U-Booten, Herr Wilke? Aber nein, Frau Borchert, Kratmelder, Infanterie. Und das habe ich Ihnen doch... Ach. Meinen Jungen haben Sie nicht zufällig gekannt. Werner Borchert, U-227. Der Kommandant heißt von Schnibbe und war vor dem Krieg Pastor in Bremen. Gute Lissi. Ach, das hätte ich beinahe vergessen. Heute zu Zettelkunze. Wer ist Zettelkunze? Zettelkunze. Das ist so ein Laden, wo lauter Zettel hängen. Anzeigen, Suchanzeigen, Tauschanzeigen und so. Will ich doch gleich mal los. Vielleicht hat heute jemand auf meine Anzeige geschrieben. Dort kann man Suchanzeigen nach Personen aufgeben? Ja, ja, ja. Ich nehme Ihnen den Weg ab, Frau Borchert. Wer kann Angaben machen über Margarete Hausberg, wohnauf gewesen, Magdeburg, Blücherstraße 17. Und wie lange? Eine Woche. Drei Malig. Und dann wollte ich fragen, die Suchanzeige Borchert-Werner, hat sich da jemand gemeldet? Ich erkundige mich für Frau Borchert. Ach, die Borcherten. Auch so eine Tragödie. Die Anzeige berechne ich schon gar nicht mehr. Soll sie hängen bis zum jüngsten Tag? Brauchen Sie zufällig Feuersteine? Feuersteine? Stück 4 Mark. Da verdient du ich nur das Strand. Ich tue es wie ein Bekannten. Solche Geschäfte mache ich nicht. Ist ja gefährlich, nicht wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist eine verrückte Welt. Also Feuersteine, das war mal Pfennigartikel. Ich nehme einen. Er sagte, er weiß schon, wen in die Pfanne gehauen hat. Er meinte mich, was? Keine Spur. Die Andeutung bezogen sich auf einen anderen Ladenbesitzer, wo das Geschäft nicht so floriert wie bei Kunze. Nee, Wilke, nee, nee. Auf Sie käme ich auch nicht. Sie haben so was teuer, hat sich es. Ich habe überschlagsweise gerechnet. Eine Gasmaskenbüchse voller Feuersteine. Auf den Kubikzentimeter rund 40 Stück. Rauminhalt einer Gasmaskenbüchse rund 1800 Kubikzentimeter. Selbst, wenn die Büchse nicht randvoll gefüllt war, hat der Täter 50.000 Feuersteine erbeutet. Mit klein gesägten Nägeln dazwischen. Wie? Falls Kunzes Feuersteine aus der Beute stammen. Er will angeblich nur 100 Feuersteine von diesem Ostpreußen gekauft haben. Na, nehmen wir an, es waren 200, spielt ja keine Rolle. Kunze ist jedenfalls angeschissen worden. Er zeigte mir 17 Nagelstücke, die er nach Käuferprotest mit dem Magnet rausgefischt hat. Seine Wut auf den Gauner war echt und der Reibach damit gleich null für ihn. Oder wenig drüber. Soll gegen Kunze was eingeleitet werden? Ich hab den Eindruck, der ist kein Schieber. Er war früher mal Tabakfritz und macht nun so Zettelkram. Dieser Verkäufer, dieser Ostpreuße, hat Kunze sich an den erinnern können? Viel war es nicht. So um die 50 rum, Umsiedler, Bauernhof in Masuren gehabt, der Bruder hier in der Drehe, der in einen Hof eingeheiratet haben soll und zu dem er ab und zu mal aus Gifhorn rüberkommt als Erntehelfer. Das kann ein Märchen sein, um falsche Spuren zu legen, kann stimmen. Herr Wilke, was würden Sie jetzt unternehmen? Nachprüfen. Na, selbstverständlich. Ich hab das nicht gern, wenn im Stall rumgetappert wird. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich liefere Milch nach der Veranlagung. Schwarzschlachten habe ich nie nicht getan. Ihr Vieh sieht gut aus, Herr Bossereit. Wer besser ist, wer draußen. Aber das Viehzeug wird ja heutzutage schon am helligsten Tarje maust, von der Weide weg. Ich bin jetzt mit meiner Frau bloß am Futter schneiden. Das ist viel Arbeit, was? Ach, dafür möchte man schon arbeiten. Die hier gibt acht Liter mit dreieinhalb Fettprozent. Die dankt's mir. Wir wollen Sie nur was fragen, Herr Bossereit. Das betrifft gar nicht Sie. Aber manchmal muss die Kriminalpolizei eben Leute befragen und die kriegen dann einen Schreck. Ich hab wirklich einen Schreck gekriegt. Kripo. Kennen wir. Wenn Sie eine Kelle Milch möchten. Oh, gern. Ich schöpf von oben weg. Das ist ja die blanke Sahne. Haben Sie einen Bruder, Herr Bossereit? Zwei. Wilhelm und Hermann. Warum? Wer von beiden hat Sie letztens besucht? Der Hermann. Von Wilhelm hab ich seit 44 nuscht mehr gehört. Ist wohl tot gefallen. Wo ist Ihr Bruder Hermann zu Hause? Zu Hause. Wohnt in Gifhorn, drüben beim Engländer. Haben Sie seine Adresse? Schreiben tun wir uns nicht. Kann ich nicht sagen. Hat er was ausgefressen? Trauen Sie ihm das zu? Ach Gott. Es ist schon so eine Zeit. Und wenn einer keinen Boden unter die Füße kriegt, hier kann ich ihm kein Dach nicht geben. Drei Leute trägt das Korsetchen nicht. Und die Frau, wissen Sie, die mag den Hermann nicht besonders gut leiden. Der Hof in Masuren. Gehört er Ihnen gemeinsam? Ein Hof? In Masuren? Hat Ihr Bruder erzählt. 300 Morgen, Wald, Pferde. Stimmt also nicht? Ach, darum geht's wohl. Nein, nein, nein. Die Umsiedler waren ja alle Gutsbesitzer. Landarbeiter ist nie einer gewesen. Nein, Herr Poseret, darum geht's nicht. Na, Pferdeknecht war er. Beim Baron von Mankewitz in Berkhaulen. Dem Baronchen seine Zuchtstuten hat er geholfen auf den Dreck nach Holstein bringen. Dafür brauchte er nicht zum Volksturm. Ich war Revierförster. Wann ist Ihr Bruder zuletzt hier gewesen? Nun, das war man gerade. Vor ein paar Tagen ist er wieder weg. Hat er gesagt, wann er zurückkommt? Die Frühkartoffeln sind raus. Beim Heu hat er geholfen. Das bisschen Kauen mache ich allein. Na, sobald werden wir uns wohl nicht sehen. Wann genau ist er zurück? Wann? Vorigen Sonnabend. Na, das könnte stimmen. Also hat er doch was ausgefressen. Überhaupt nicht. Vorigen Sonnabend ist in Rütisfelde ein Kind von einem Bulldog-Lanz überfahren worden. Zeuge des Unfalls könnte Ihr Bruder gewesen sein. Eine Frau sagt, der Ostpreuße hat es genau gesehen. Den Namen wusste sie nicht. Aber die Beschreibung könnte auf Ihren Bruder zutreffen. Also eine Zeugenaussage weiter nicht. Ach so. Wenn er wiederkommt, er solltet sich bitte bei uns melden. Kann ja sein. Ist ein Irrtum. Das wär's, Herr Bossereit. Vielen Dank. Auch für die Milch. War herrlich. Wenn Sie eine Kanne hätten... Haben wir, aber da ist Benzin drin. Dankeschön. Ach, sagen Sie... Kennen Sie zufällig eine Frau Hausberg? Eine Ausgebombte aus Magdeburg. Hausberg? Margarete Hausberg, 50, ziemlich klein, rötliches Haar. Die Namen, unser einer weiß ja noch kaum, wie der Nachbar heißt. Und das kommt und geht und kommt und geht. Na, Wiedersehen, Herr Bossereit. Kleine Person, fuchsharig. So eine habe ich wohl ein paar Mal drüben gesehen. Ein nötzer Ausbau. Nötzer Ausbau, ist das weit? Kilometerchen. Ich zeige Ihnen den Weg. Warten Sie. Von wegen Kilometerchen. Und von wegen Straße. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Herr Wendler. Reden Sie nicht, Wilke, reden Sie nicht. Was halten Sie von Bossereit? Ich glaube, er hat keine Ahnung. Aber, dass sein Bruder kein unbeschriebenes Blatt ist, er war richtig erleichtert, als Sie mit der Zeugenaussage rauskamen. Es war sehr gut, Herr Wendler. Haben Sie sich das vorher zurechtgelegt? Ach, wo? Da hinten. Ja, das muss es sein. Das ist ja ein richtiges Dorf. Aha. Na, hoffentlich hat es eine Kneipe. Und ich kriege dort einen Schnaps. Ich muss die Milch verseifen, die es mir nicht bekommen. Gehen wir beide auf Suche. Ich warte auf Sie, entweder im Auto oder in der Kneipe. Jetzt ist es zehn. Um elf? Ja, oder früher. Hallo. Hallo. Tag. Tag, der Herr. Ist heiß draußen. Limonade oder was sich heutzutage Bier nennt? Ja, Limonade. Ja. Ach, der Herr ist unterwegs. Wegen Landmaschinen. Haben Sie einen Schnaps da? Mir ist ein bisschen mulmig. Aber lieber, schnaps, woher denn schnaps? Na, nur erzählen Sie mir nichts. Ihr habt doch alle was unter der Theke. Hier. Zehn Mark. Ich bin stumm wie ein Grab. Ich habe zu fette Milch getrunken. Keinen Tropfen habe ich im Hause. Und das Zeug, was mir aus der Stadt so angeboten wird, das nehme ich nicht. Davor wird ja gewarnt. Die Frau macht Ihnen Pfefferminste, ist recht. Na gut. Wenn Sie so freundlich wären. Vom Jahr habe ich noch eine kleine Reserve gehabt. Die letzte Flasche Cognac aus Frankreich. Ich bin zu unserer silbernen Hochzeit draufgegangen. Meinen Sie, es wird mal besser. Wird es? Tja, wenn der Russe nicht wäre. Der nimmt uns ja alles weg, der Russe. Frau Hausberg? Tante Grete? Mein Gott. Dass du lebst. Und du auch. Und ich habe dich gesucht. Bist du denn nirgendwo gemeldet? In Verdal, in Badeleben. Keiner wusste was auf den Ämtern. Das ist eine verwickelte Geschichte. Erzähl sie mir andermal, ja? Heute habe ich nicht viel Zeit. Ein Bekannter wartet auf mich. Wir sind im Auto unterwegs. Ich komme am Sonntag, Tante Grete. Im Auto? Wieso bist du denn mit deinem Auto? Naja, das ist auch eine verwickelte Geschichte. Du machst doch nicht etwa krumme Sachen. Ich bin bei einer Behörde. Aber ob ich da bleibe, weiß ich noch nicht. Ach so. Siehst du, so hat es jeden in eine andere Ecke gefegt. Mit meiner Goldschmiederei ist es Essig. Und mit deiner Gardinenspannerei auch. Hast du gedacht, du würdest mal was mit, äh, wie heißt das Zeug? Schinderjauch. Ja. Und so ein bisschen Vieh kommt ja nichts zum Wachsen. Mensch, Tante Grete, du und ne Jauche fuhre. Weißt du noch, wie gern ich immer zu dir ins Geschäft gekrochen bin, weil's bei dir so herrlich roch? So, aber jetzt muss ich los. Bis Sonntag. Feindieter Sonntag. Und da ist auch Bruno da und da machen wir ein richtiges Fest. Da feiern wir das Wiedersehen. Und vom Kronbusch hole ich feine Sachen zu essen und zu trinken. Der hat alles, was das Herz begehrt. Wer ist Kronbusch? Der Kneiper hier. Magst du Gänseleber, Pastete, echten französischen Cognac, sogar Sekt von Underberg, musst du es mir nur sagen. Ist ja toll, ist ja, ist ja wie ein Paradies. Ja, der Kronbusch ist ein ganz Fischelanter. Man muss ihm aber auf die Finger gucken, denn er kann's betrügen nicht lassen. Weißt du, Bruno brauchte Feuersteine für sein Feuerzeug. Da war doch ein Nagel unter den Feuersteinen. Ach. Tja, Kronbusch hat ihn zwar umgetauscht, aber ich sage mir, wer betrügt denn heute nicht, wenn er eine Kneipe hat in deinen kleinen Laden? Der wäre ja dumm. Hast recht. Und? Wie betrügst du? Ich? Ach Junge, das ist nicht in mir drin. In mir auch nicht. Leider. Ach, Hauptsache gesund. So ein Arsch. Für den Pfefferminztee hat er mir doch 1,50 Mark abgeknüpft. Ist Ihnen denn besser? Ja, mit einem Schnaps wäre mir noch besser. Wilke, das war trotzdem ein glorreicher Abstecher. Haben Sie mitgekriegt, was der Zufall für eine Rolle für uns spielt? Und wie man reinfliegen kann? Diesen Kneipe habe ich tatsächlich geglaubt. Er hat seine letzte Flasche Cognac für seine silberne Hochzeit geopftet. Herr Wendler, meine Tante will am Sonntag das Wiedersehen feiern. Wenn sie bei diesem Kronbusch einkauft und hinterher geht er hoch, dann muss sie doch ins Gerede kommen. Könnten wir nicht umkehren und das gleich erledigen? Das ist ja wohl der Hausdurchsuchungsbefehl. Wo denken Sie hin? Aber das lernen Sie noch. Kriminalobersekretär Borchert. Eine Hausdurchsuchung wegen Verdachts auf Schwarzhandel. Hier der Hausdurchsuchungsbefehl. Dachte ich's doch, dass Sie mich reinlegen wollten mit dem Schnaps. Mir war wirklich mies. Ehrliche Leute in Verruf bringen. Pfeindeibel. Wenn wir im Unrecht sind, werden wir uns in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Natürlich habe ich ein bisschen was eingelagert. Das macht doch jeder. Ich habe Kundschaft, der Winter kommt. Also ich protestiere, wenn die neue Ordnung so aussieht, dass man nicht mehr sein eigener Herr sein kann. In der Schlafstube, da steht ein Schrank. Der wird vermutlich dauernd hin und her gerückt. Die Dien sind ganz faserig. Na, Herr Kronbusch. Ich sag doch, man sorgt vor. Aber warum denn so umständlich hinter einem Schrank? Bei mir ist dreimal eingebrochen worden. Bitte rücken Sie den Schrank beiseite. Wir haben das sicher besser im Griff als wir. Herr Kommissar, kann ich mit Ihnen allein reden? Ja, geht mal raus. Ja? Herr Kommissar. Ja? Gut, ich sehe zu, wo ich bleibe. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja? Sagen wir, 10.000 Mark in Waren, Zigaretten, Spirituosen und so weiter. Mhm. Ah, natürlich, Ihre Leute. Also, 15.000? Sie sehen, ich habe nur einen Arm. Wenn ich könnte, wenn ich dürfte. Aber voll damit eins in Ihre Fresse. Voll! 20 Büchsen Gänseleberpastete, 17 Flaschen Cognac, 40 Flaschen Sekt Corned Beef, ein Kasten Schuka-Cola, 20.000 amerikanische Zigaretten und so weiter und so weiter und so weiter. Hört sich an wie das Inventurverzeichnis eines Delikatessengeschäfts der Vorkriegszeit. Das reißt Ihr Euch jetzt wohl alles unter den Nagel. Natürlich, natürlich. Jetzt machen wir fette Lebe. Mit der Gasmaskenbüchse halb voller Feuersteine gehen wir auf den Schwarzen Markt. Herr Kronbusch, wo ist diese Gasmaskenbüchse mit Feuersteinen her? Damit Ihnen das klar ist, Sie sind nicht nur hier wegen erwiesenen Schwarzhandels. Sie stehen unter Mordverdacht. Was? Ja. Wegen einer Gasmaskenbüchse Feuersteine wurde ein Reisender im Zug zwischen Rötesfelde und Ockern ermordet. Das steht einwandfrei fest. Dem Täter ging es um das Gepäck des Reisenden. Und das betraf einen heute ziemlich hohen Wert. Ich soll... Das ist nicht wahr. Ich bin kein Mörder. Das sagen erst mal alle. Nein! Und mit der Eisenbahn bin ich ewig nicht gefahren. Fragen Sie doch meine Frau. Ihr Lager fühlt sich wohl von allein auf. Die kommen zu mir. Ja, ich mache Tausch mit Öl und Butterfleisch auch. Aber in der Hauptsache Schlachtscheine und Brennholzkontingent. Ich habe noch nie in meinem... Wem haben Sie die Feuersteine? Ich kenne den Mann nicht. Wie? Was? Was? Obwohl er häufig in Nützeausbau ist? Wer? Na eben der Mann, von dem Sie die Feuersteine gekauft haben. Sagt Ihnen der Name Bossereit nichts? Ach. Ach so. Meinen Sie diesen Sufkopf? Dem Bossereit seinen Bruder? Der doch nicht. Der brauchte Geld und ist zu mir gekommen. 200 Stück habe ich ihm auf Pump gegeben. Aber hinterher hat er sich nicht mehr blicken lassen. Meine Frau ist bei Bossereit vorbei, aber da war er schon weg, der Schweinehund. Sie wollen eine Gasmaskenbüchse voller Feuersteine einem Wildfremden abgekauft haben? Was war denn der Preis? Ich habe auf 20.000 runtergehandelt. Was ist heutzutage Geld? Also nicht misstrauisch geworden? Naja, naja. Misstrauen in Ihrer Branche, da ist man nie zu was gekommen. Das verbitte ich mir aber. Der Mann fragte mich, ob ich ihn nicht wiedererkenne. Im Krieg ist er mal bei mir eingekehrt mit ein paar Kameraden. Was denn für Kameraden? Falschemjäger. Im Badeleben lag doch eine Fallschirmeinheit. Und die zogen manchmal über die Dörfer, hatten hier ihre Verhältnisse. Und der hat Ihnen die Gasmaskenbüchse? Ich schwöre, Herr Kommissar. Ich sage die reine Wahrheit. Aber gekannt habe ich den Mann nicht. Er war ziemlich groß. So ein Frauenkerl, wie man sagt. Ich habe ihn gefragt, wo denn seine Kameraden sind. Kameraden gibt es nicht mehr. Aber Weiberschenkel und die Alpen sind besser als die Neuen. Fallschirmjäger. Das würde die Tatwaffe erklären, das Messer. Ein Kappmesser für die Leinen, wenn der Schirm im Baum hängen bleibt. Und für den stummen Nahkampf. Der Herzstich wurde an Puppen trainiert. Tja, gelernt ist gelernt. Für manche geht der Krieg eben weiter. Ob wir mal einen von den großen Kriegen, den Chefs von diesen Lehrlingen. Untergetaucht, weg, verkrümelt. Und die mit den besten Beziehungen nach Südamerika. Man wird sie schon alle kriegen. Aber einen hätte ich gern selber. Naja. Geduld. Ah, Wilke. Ja? Jetzt würde Ihre Stunde schlagen. Wieso? Ich kann Sie dazu nicht vergattern. Dazu habe ich nicht die Befugnis. Sie sind ja sozusagen noch vogelfrei. Ich kann doch jetzt nicht mehr abhauen. Kriegen dir ein paar Klopse und Schnitzel im Verdaler Humpf gratis und Franco? Aber Herr Wendler, was soll ich denn machen? Hier. Diese fünf Adressen. Können Sie entziffern? Meier hat eine schlimme Klaue, aber hervorragend recherchiert. Alles weibliche Vornamen. Sigrun, Hertha, Anneliese. Frauen und Mädchen in der näheren Umgebung, die mit ehemaligen Fallschirmjägern aus Bardeleben ein Verhältnis hatten. Die wahre Anzahl ist vermutlich zehnmal höher gewesen. Aber diese fünf. Einen Namen hat Meier dick unterstrichen. Schulze, Anneliese, Angestellte auf dem Postamt Ockern. Und was soll ich nun? Ziehen Sie Ihre alten Klamotten an? Sie sind vor kurzem aus dem Entlassungslager gekommen. Kameraden, die noch im Lager sind, haben Ihnen Aufträge mitgegeben. Nicht alle Adressen haben Sie behalten können. Zum Beispiel die von einem Fallschirmjäger, der hier eine Freundin, eine Geliebte hat aus alten Tagen. Verstehen Sie? Verstehe. Wollen Sie losmarschieren? Ja. Gut. Viel Glück. Sie sind Fräulein Schulze? Ja. Kann ich Sie einen Moment privat sprechen? Ja, was ist denn? Ach, lassen Sie die Frau vor. Ah, fein. Äh, gelten noch Briefmarken mit Hitler drauf? Sind aus dem Verkehr gezogen. Och, jetzt habe ich die schon draufgeklebt. Ich dachte, die gelten noch. Nein, die gelten nicht mehr. Also mir hat jemand gesagt, die gelten noch. Wer hat die denn da erzählt? Ich bin vor kurzem aus dem Gefangenenlager gekommen. Hier bitte, mein Entlassungsschein. Im Lager haben mir nun ein paar Kameraden Aufträge mitgegeben. Ich habe Adressen auswendig gelernt, darunter auch ihre. Aber ich kann sie nicht mehr richtig einordnen. Es geht um einen Cousin meines Kameraden, der sich bei dessen Eltern eine Leica abholen soll. Was habe ich damit zu tun? Ja, das ist ein bisschen verwickelt. Ich soll für den Freund meines Kameraden, der Fallschirmjäger war, eine Leica abholen. Nun habe ich mir bloß die Adresse von der Verlobten des Fallschirmjägers gemerkt. Anneliese Schulze, am Wahl 5. Das sind Sie doch. Ja, aber verlobt bin ich nicht. Mir ist gesagt worden, Sie sind mit dem Fallschirmjäger verlobt. Nein, er besucht mich ab und zu. Was wollen Sie eigentlich? Es geht um eine Leica. Ohne Legitimation, dass der Freund meines Kameraden ihren Freund kennt, kann ich meinen Auftrag nicht erledigen. Ich brauchte eine Fotografie von Ihrem Freund oder eine Gruppenfotografie. Sie wissen doch, wie heute auf dem Gebiet geschwindelt wird. Sogenannte Grußbesteller. Sie würden einen guten Dienst tun. Am besten wäre allerdings, ich könnte die Sache mit Ihrem Freund direkt... Kann ich ihn irgendwo treffen? Wohnt er hier? Nein. Hat er gesagt, wann er Sie besucht? Bis Ende der Woche bin ich noch hier, dann will ich nach Hause ins Erzgebirge. Er wollte vielleicht Mitte August wiederkommen. Ich bringe Ihnen die Fotografie bestimmt zurück. Tag, Herr Kronbusch. Lassen Sie mich raus? Ich möchte Ihnen ein Gruppenfoto zeigen. 25 Fallschirmjäger der Nazi-Wehrmacht. Die exotische Kulisse ist Kreta. Eine Aufnahme von 43 also. Von vor drei Jahren. Gesichter verändern sich da kaum. Wer von diesen 25 ist zu Ihnen gekommen? Der hier. Mhm. Sehen Sie genau hin. Die Aufnahme ist nicht besonders scharf. Der, einwandfrei. Herr Kommissar, was wird denn nun mit mir? Das entscheidet das Gericht. Umzug nach Merdal. Über Teams, Großlipzow, Ockern. Bitte einsteigen. Herr Wendler. Das ist da. Busse. Ruhe bewahren. Ruhe. Und wieder mit einem zweiten Mann. Wenn der ahnte, wie genau er die Waggons aussucht. Sehen Sie? Na? Dann mal hinein, Leute. Gerhard Busse? Kriminalpolizei. Nehmen Sie Ihre Sachen. Ihr Gepäck. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Feuersteine. Dramaturgie Gerhard Rentsch. Die Personen und ihre Darsteller Kriminalkommissar Wendler Rolf Ludwig Kriminalobersekretär Borchert Horst Weinheimer Wilke Hans-Joachim Frank Sowjetischer Oberst Erik S. Klein Zettel Kunze Hans-Joachim Hanisch Ostpreuße Hans-Meikowski Frau Borchert Ostara Körner Bosse Reit Gerhard Lau Kronenbusch Ulrich Voss Frau Hausberg Anne Wollner Kundin Hilde Kneipp Angestellter Klaus Mertens Lokführer Werner Kamenig Schnitt Günter Werk Ton Brunhild Thomas Regieassistenz Ingrid Krempel Regie Werner Grunow Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1985.